Unter den Dranken sind wir hier, wurden das schön und das haben wir dann wudubudubu. Genau, das ist bestehen geblieben, mit hallo wudubudubu. Wir haben geschlafen in der letzten Nacht, genau. Und sind gerade dabei, die letzten Äpfel anzusammeln. Guck mal, drei Stück haben wir mittlerweile, das ist cool. Was auch cool ist, ist, diese Zapplings anzusammeln, das macht richtig Freude. War hier noch irgendwo in einem... Da versteckt? Nee. Okay, hier ist noch einer, zack, den nehmen wir mit, der hier ist, äh, ne, da ist nichts mehr. Das ist sehr schön, sehr schön ist das. Ah, abholen. Und hier müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie mal abfackeln. So, zack, je nachdem, wie weit das dann noch so geht. Ich wollte schon gerade sagen, wir haben doch noch ein bisschen Platz für Dschungelholz. Genau, hier noch ein Dschungelholz. Dann müssen wir das ja auch gleich decayen können. Wunderbar, wir haben noch vier Karotten, das ist ein bisschen Wirtung. Ein bisschen weird ist das. So, wir haben noch eine Karotte. So, der Baum hier, der hat's in sich, der will irgendwie nicht weggehen. Hat keine Lust auf, ab, ab, wegzugehen. So, was können wir da wehtun? Zwei Melonen können wir weg, wenn wir das gar nicht gut herkommen. Die sind wahrscheinlich irgendwo drauf gewesen und dann einfach decayed. Also, geh' ich mal von aus. Ansonsten würde das Ganze nicht so viel Sinn ergeben. So, hätte ich hier noch mitnehmen. Sehr gut hier, ein Bau. Naja, nehmen wir mit. Jetzt gucken wir mal gerade, wo wir hier aktuell sind. Wir sind hier gerade an dieser, ich sag mal, Grenze an sich. Zack, zack. Wunderbar. So, und hier, dass ihr auch gerade, das kann nämlich dann, hier wird, oh, jetzt regnet's, nein. Das geht ja mal ganzes Feuer aus. Wie soll das denn? Aber dafür hat's einen Vorteil, wir können hier auffliegen. Oh, 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 oh. Zack, zack, zack. Dafür können wir hier auffliegen. Aber wir haben jetzt auch gleich keinen Platz mehr für die wunderschönen Loks. Ja gut, wir können ja dafür einfach die, äh, die nehmen. Machen die, machen zack, zack, zack und schmeißen einfach hier so Zeug rein. Und im Prinzip, gut, hätte auch die auch was decken können, hätten wir noch einen Platz mehr gehabt. So, können wir das einfach mitnehmen. Wunderbar, schmeißen diese auch gerade einfach hier rein. Hier, das, das bauen wir jetzt gerade auch jetzt ab. Und der letzte, hoffentlich bitte, bitte. Oh, nee. Na ja, so ist immerhin auch okay. So ist immerhin auch okay. So, hier können wir nämlich die abbauen. Zack. Und der ist gut. Wunderschön. Äh, ja, kriegen wir den hoch, äh, komplett weg. Ja. Sehr schön. Regen ist doof. Ich weiß es, aber ich kann es ja nicht ändern, ne. Können wir hier irgendwo, hier können wir auch gehen. Wunderschön. Ja, es ist, wir können halt jetzt gerade kein Feuer setzen, das. Ist mir klar, das geht leider nicht, es ist doof, aber äh, äh, ja, das müssen wir jetzt wohl ein bisschen durch. Dementsprechend einfach hier, zack. Hallo, abbauen, danke. Da abbauen, hier abbauen. Und nachher mal gucken, wo noch was stehen geblieben ist. So. Ja, hier ist ein bisschen. Hier ist auch ein bisschen Verwüstung. Cool. Da wäre noch sehr viel wegzureimen. Das ist hier ein Schweinchen. Wunderbar. Sehr schön. Gibt es auch ein Äpfel. Da können wir gerade hier noch auf den hohen Baum gehen. Oh, das war vielleicht Unflug. Ah, nee, 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 nee. Dann können wir vielleicht so ein bisschen hochmogeln. Zack. Auch gemogelt. Und dann können wir jetzt hier die hier dahin machen. Das hat ja wenigstens diesen einen Vorteil hier. Dass wir hochkommen. Das ist ja zumindest der Vorteil. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Oh ja, das ist. Zack, zack. Wunderbar. Ich wollte sogar sagen, waren da jetzt gerade noch Bäumchen in dem Berg drin. Nee, ne? Äh, in der Luft. Aber naja, gut. Manchmal sieht man ja auch schon irgendwelche Geister. So. Müssen wir halt hier mal gucken. Eventuell könnte es halt sein, dass da praktisch gesehen das kann vielleicht vielleicht brennt das ab. Ich weiß nicht. Vielleicht brennt der ab. Zack. Müssen wir uns mal begutachten hier. Wunderbar. Äh, da ist noch ein Blöckchen. Wunderschön. Ja, also Regen könnte auch fast vorbei sein. Da würde ich nicht Nein zu sagen. Da würde ich nicht Nein zu sagen. Da würde ich echt nicht Nein zu sagen. Das kann schon weg. Ja, guck, da ist auch noch ein Block. Also wir werden definitiv noch im nächsten Fitfolger nicht fertig. Ich meine, wir müssen auch so ein bisschen Planung machen, wie groß das Ganze werden soll. Mein Plan ist es einfach Ja zu sagen, ne? Aber wir können da hier so. Och, Minion Ylogger nicht so weit noch. Gut, das hat nicht funktioniert. Das heißt, wir können theoretisch bis hierhin hochgehen. Wunderbar. So, wo sind wir denn hier noch aktuell dran? Na, da will nix. Die Kane hier ist dabei. Wahrscheinlich. Das dauert hier noch ein bisschen. Hier ist noch nichts da drin. Dann fängt das erst an. Zu die Kane. Vorher nicht. Dankeschön. Wunderbar. Hier wegnehmen. Da wegnehmen. Den wegnehmen. Jetzt auch noch einer hier oben. Vielleicht war es das schon mit dem dann. Guck mal, wir haben schon wieder ein paar Textholz abgebaut hier. Das geht schon zügig. Man muss es schon so sagen. Das geht schon sehr zügig. Hier ist jetzt die Frage, wo ist denn eigentlich die Grenze gerade? Ach, hier ist gerade wir sind gerade quasi in der ja, in der Grenze. Ich würde sagen, hier machen wir halt das weg jetzt, was noch so offen liegt. Sehr schön. Wunderbar. Hier liegen noch Akku-Pace und anderen Holz. Können wir auch gerne mitnehmen. Oh, wir müssen auch schon hier auch gehen. Zack, zack. So, und da geht es jetzt nämlich erstmal hier in die Richtung noch ein Stück weiter. Und hier ist das Ganze hier. Da ist es, nach, guck mal, wir können gleich schlafen. Da können wir den wegnehmen und den können wir so wegnehmen gleich. Zack, zack. Hier wieder zwei Stück abgebaut. Wunderschön. Ja, hier sind wir nämlich auch wieder an der Grenze, denke ich. Sprich, hier reisen wir das weg, was weg kann. Wir legen uns aber schlafen, denke ich. Beziehungsweise wir boosten uns einmal kurz da oben. Punkt mal kurz, wo wir sind. Egal, hier legen wir uns schlafen. Es wird irgendwie arg dunkel irgendwie. in dieser Welt hier. So, dementsprechend können wir jetzt hier einfach mal drei Feuer setzen. So, und dann müsste ich jetzt eigentlich Ja, wo gehen wir hin? Das ist die Frage jetzt. Hier können wir gehen. Wir gehen erstmal hier hin und machen erstmal hin, das hier weg. Genau. Und, äh, diesen Baum können wir wegmachen, wenn wir Bock drauf haben. Und dann wird er aber verbrannt werden. Wird ja nicht hier. Wird ja nicht hier, äh, sonst abgebaut. So, hier ist noch wunderschön weg. Das ist ja gut. So, und da müssten jetzt eigentlich alle weg sein. Hier ist halt jetzt ein bisschen schwierig, ne? Weil hier sind jetzt die die Blöcke und das müssen wir auch wieder befeuern. Gut. Das heißt, wir gucken mal gerade ganz kurz. Von hier müsste jetzt soweit erstmal hier links noch ein Block sein. Da gehen wir auch gerade entlang. Perfekt. Und zwar Ah Nun, zack Genau Gehen wir auch noch das abbauen und den Baum dann kann er mich eventuell vielleicht noch zwei, drei Blöckchen mehr dispawnen. Wunderbar. Hier gibt es noch einen Block. Hier gibt es noch einen Block. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. Wunderbar. Das könnte gut so sein. Hier gibt es noch eine Melone. Das könnte ja fast ein Baum sein. Ne, noch nicht doch. Aber zumindest ein Block. Zumindest ein Block. So. Das heißt, hier sind wir jetzt quasi erstmal so weit mit dem, was wir da vorhatten. Durch. Wir gucken jetzt gerade mal kurz hier diese ganzen hier sind es noch. Und da ist die Frage da könnte eventuell sogar ein Feuer einfach reichen. Ja, auch mal ein Feuer setzen. Ja, mal ein Feuer setzen. Genau. Äh, lass mich so. Hier ruhig auch nochmal ein Feuer setzen. Da auch nochmal ein Feuer setzen. Jetzt das Feuerzeug kommt. Da, wo wir definitiv die Blöcke abbauen können, dann nehmen wir sie auch mit, weil das wäre ja dann Feuerzeugverschwindung. Und das ist ja jetzt nicht so furchtbar viel sag ich mal, was da jetzt hier so ganz ist. So, zack und zack. Und dann ist hier noch ein Feuer, ein Block, genau, da können wir nämlich hier nochmal zack, zack machen. Wunderbar und hier nochmal ein Block und Feuer setzen. Das machen wir hier mit dem, genau, perfekt. Super, wunderschön. Hier Feuer setzen, da Feuer setzen. Hier nur Feuer setzen. Da Feuer setzen. Hier müsste da irgendwo ein Block offen sichtbar sein. Ansonsten macht das ja gar nichts. Ah, bleibt weg da. Bleib weg da. Er ist halt so überall so ein bisschen, äh, Oh, ja. Äh, ja. Wir haben kein Essen mehr. Dieses bisschen das Problem, aber gucken wir dann in der nächsten Folge bei, dass wir Essen kriegen. Oder ob wir vielleicht Essen haben, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das ist das Problem der nächsten Folge, wenn es hier so brennt. Also, bis zur nächsten Folge.